Ja hallo, also ich war am Mittwoch, den 18. Januar 23 mit meinem Kumpel Raphael in dem wunderschönen Restaurant von diesem Fernsehkoch Nelson Müller in Essen-Rüttenscheid. Grundsätzlich lehnt ich immer ab, so viel Geld für Essen auszugeben, aber ich bin letztendlich doch neugierig geworden, wie es schmeckt und vor allen Dingen das ganze Erlebnis. Es ist eine kulinarische Reise im Restaurant Schote, absolut zentral und sehr gut gelegen. Nun, wir haben Probleme gehabt mit dem Parken, aber hatten doch beide was gefunden, wo wir unsere Esel abstellen konnten. Wir kamen hinein und wurden direkt sehr freundlich begrüßt. Nelson selber war nicht da, er war, wie wir erfahren haben, zum Geburtstag der Küchenschlacht. Allerdings sagten uns mehrere und wir haben es auch mehrfach gelesen, dass er sehr oft in seinem Restaurant aufzufinden ist und auch immer an die Tische kommt. Der Küchenchef begrüßte uns mit einer kulinarischen Raffinesse. Ein Glühwein, der mit Quitte unglaublich lecker geschmeckt hat. Mit nichts zu vergleichen. Ein wunderbarer Geschmack, dazu noch kleine Häppchen mit hausgemachtem Gänse-Schinken und Linsen-Creme. Wir filmten erst am Tisch, nachdem alles auch geklärt war. Das Menü war mit acht Gängen ausgeschrieben, aber es gab noch Zwischengänge. Gruß aus der Küche und zum Schluss gab es noch Käseplatten oder eine Käseplatte mit mehreren Käsesorten. Super, super, super lecker. Das Menü selber hieß, Heimat muss kein Ort sein, Erinnerungen, Reisen und Emotionen von Ruhe in die Welt. Leute, das war alles rund um ein Erlebnis. Wir Männer wurden sogar auch beide satt. Die Gänge waren natürlich sehr klein, aber hatten es alle in sich. Mensch, das war echt ein Erlebnis, absolut. Die Präsentation mit den kleinen Bildern und der Geschichte zum Menü so rund und so durchdacht, so passend und wunderschön in seiner Geschichte, die kulinarisch dazu perfekt einfach umgesetzt wurde. Ich hätte Nelson das gerne mal ins Gesicht gesagt, aber vielleicht sieht er das ja hier und kommentiert, was ich nicht denke. Ist egal. Würde mich freuen. Auf jeden Fall, ich entdeckte völlig neue Geschmäcke und ich wusste auch nicht, dass man Grünkohl zu einem unglaublich leckeren Salatchen gestalten kann. So ein bisschen, ganz leichten Essig und ein bisschen Ölgeschmack. Wahnsinn. Der Küchenchef war sehr, sehr, sehr freundlich und verabschiedete uns auch. Das Personal ist sehr jung und umgängig und vor allem haben sie zugehört. Sie waren kompetent und man hat sich sehr wohl gefühlt. Und toll. Also einfach toll. Aus der Küche, die man einsehen konnte, kamen aber nur sanfte Geräusche. Also mal ein Topfklappmann oder sowas. Also überhaupt nicht aufdringlich. Die Düfte waren nicht aufdringlich. Super temperiert und klasse und schon edel möbliert. Man konnte den Leuten nicht auf die Teller schauen und man hat nur die Köpfe gesehen. Das fand ich auch super, super cool. Das Licht fiel auf das Essen und ansonsten war es auch sehr, sehr angenehm im Restaurant. Die Toilette ist dazu auch noch ein unglaublich luxuriöses Erlebnis. Mal so nebenbei gesagt. Also da fahren wir mal drauf. Also er war schon sehr begeistert. Sowas hat er auch noch nicht gesehen. Ja, die Gänge kamen in einem sehr angenehmen Abstand. Letztendlich haben wir knapp 400 Euro gezahlt, inklusive Getränke. Ja, das ist viel Geld, aber es ist halt auch echt ein geiles Erlebnis gewesen und war das lecker. Sehr empfehlenswert. Übrigens der Apfelminzesaft von Kohl. Also den kaufe ich mir auch nochmal so. Das war schon sehr, sehr, sehr nice. Wir haben uns also unterm Strich nicht bereut und können die Schote in Essen wirklich jedem empfehlen, der das Geld jetzt auch dafür ausgeben möchte und auch mal diese Erfahrung sammeln möchte. Also schon super, super cool. Vielen Dank an das Team und dieses wundervolle Erlebnis. Mal nebenbei, das hier ist weder gesponsert, noch wusste das Team etwas von diesem Testessen. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen und bis bald wieder. Euer JT. Vielen Dank für's Zuschauen.